Hallo, heute besprechen wir die Industriemeisterbasisqualifikationsprüfung NTG 2018-1, Aufgabe 4 soll es heute sein. Ja, die Skizze habe ich mir schon mal vorher erstellt, damit das Ganze nicht in eine wahllose Zusammenstellung von Details ausartet. Gegeben ist eine Lore, irgendein Fördergerät, das praktisch eine eigene Masse hat. Dieses Gebilde, das ergänze ich dann schon mal, das hat also eine Masse von, muss ich selbst eben mal heraussuchen, von 565 kg. Also das Teil wiegt 565 kg und es ist auch ganz hilfreich, wenn man sich das da mal so ein bisschen heranschreibt. Wir wissen dann darüber hinaus, dass das Volumen von dem ganzen Gebilde, V, nichts anderes ist als 3 m³. Nervt schon ein bisschen, das alles rauszuschreiben und in diesem Wagen selber befindet sich dann ein Schüttgut, das eine Dichte hat von 474 kg pro Dezimeterkubik. So ist es richtig und darüber hinaus ist uns noch gegeben, dass hier ein Rollwiderstand vorliegt, ein µ, ich nenne das einfach mal Rollwiderstand von 0,02. Mai und